Du greifst falsch. Markus? Ja? Du hast uns aber schon einen Flug nach Gran Canaria gebucht, oder? Mann! Wir sind auf La Palma, nicht Las Palmas. Du kannst nicht mal einen Flug buchen. Ich denk mir was aus, okay? Du bist hier nicht ernsthaft gerade eingestiegen? No, Senorita, was denken Sie von mir? Wem gehört das Haus? Es mir, Pablo. Hallo, ich bin der Niklas. Hola, Pablo, encantado. Ist das Pablo? Dann bin ich Alba. Hola! Pablo und Alba? Si. Wie schaut's gar nicht spanisch aus? Eres de España? Que casualidad. Wärst du nicht gern Mutter? Das mit uns, das passt halt perfekt. Sie ist Landschaftsarchitektin, ich habe einen großen Garten. Ja, ich wollte doch nur wissen, ob du Kinder haben willst oder nicht. Nein, okay, nein! Okay! Bist du bescheuert? Geh! Wahrscheinlich wird dein Leben mit mir nicht so, wie du dir das hast vorgestellt. Gewohn dich besser daran. Vielleicht ist die Zeit, in der man mit einem Partner zusammenbleibt, doch einfach vorbei. Und man verbringt eben nur einen schönen Lebensabschnitt miteinander. Wunder. Keine Suche. Kein Stress. Lass uns dieses Spiel bitte niemals beenden. Mach ich dieses Spiel, señorita. Mach ich dieses Spiel, señorita. Hän. Kein Stress. Wunder. Ich wünsche dir, dass die Menschen im Moment nicht mehr für die Menschen in der Videobach. Keiner. Vielen Dank.